Aber in den folgenden Jahren haben wir von Vietnam eigentlich nicht viel gehört, außer den Überfall von China auf Vietnam, aber im Grunde nicht viel. Meine nächste Begegnung sind viele Jahre später, 1987. In 1987, in April, glaube ich, kam meine Kinder ganz aufgeregt nach Hause und haben mir berichtet, Mutti Mutti, da vorne sind Vietnameser ein der Zogen, die sind ganz nett. Ja, aber da ich selber noch gerade erst dort hingezogen bin, wusste ich gar nicht, was die meinen. Und da hinten war alles noch bau, gruben, also noch keine Wege, noch alle Kabelschächte waren offen und und und. Also ich konnte mir überhaupt gar nicht vorstellen, wo da Wohnheim sind. Lúc đó, tôi cũng mới chuyển về đến, cái khu vực ở, nó vẫn còn là như là công trường, nên tôi cũng chưa biết chỗ nào và chỗ nào cả, nên tôi cũng không biết là chỗ nào mà con tôi nói là trường học mà có người Việt. Aber kurz davor bin ich selber schon damit in Berührung gekommen, und zwar bin ich in die Kaufhalle gegangen, irgendwann, also damals hieß das Kaufhalle, um einzukaufen und mit einmal komme ich dahin, die ganze Kaufhalle war schwarz. Und ich dachte, was ist denn hier los? Na, wird ein Ding ganz schön sein. Und ich bin wieder nach Hause, weil es kaum unmöglich dort einzukaufen. wundern, also дней auch, noch längst zur Zeit. rhach roszakate, Nachdem meine Kinder mir das dann erzählt haben, habe ich das eins plus eins zusammengezählt. Also es waren dann die Vietnamesen die dort in den Wohnheim waren. Und dann habe ich gedacht, na guckst nochmal, vielleicht wird dort eine Arbeitskraft gesucht und bin abends mit meinem Mund über diese Bauschutt und alles losgestiefelt und habe geguckt, ob da Arbeitskraft gesucht werden, damit ich in der Nähe meiner Wohnung einen Arbeitsplatz habe. Ja, da wurden auch Arbeitskraft gesucht für die Rezeption und so weiter und ich habe mich dann auch ordentlich beworben und bin auch genommen worden. Aber da für 3000 Menschen nicht ein Telefon vorhanden war, wusste der Heimleiter nicht, dass ich die Linie bin, die dort für die Rezeption eingestellt werden sollte oder fast eingestellt war. Ja. 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 Und dann haben wir einmal sagen, gehen Sie doch mal zu den Betrieben, die suchen noch Betreuer. Dann habe ich gefragt, welche Betriebe sind denn das, Herrn Bekleidung Fortschritt, Berliner Datenholen, Treffmodelle und so weiter. Da kommt jetzt meine Beziehung zu Lichtenberg. Ich habe in Lichtenberg die Arbeit gelernt und bei Herrn Bekleidung Fortschritt angefangen und war 1974 eine der zwei jüngsten Abgeordneten im Stadtbezirk. Ich bin dann auch gleich genommen worden, weil ich war schon bekannt und bin dann als Betreuerin eingestellt worden. Meine erste Begrüßung als Betreuerin war, Vietnamesen sind klein an schwarze Haare und sind freundlich und lange immer zum Essen ein. Und meine Frage war, muss man denn unbedingt dann die Einladung annehmen? Und da wurde mir gesagt, es wäre sehr unhilflich, wenn man es nicht macht. Ich habe noch nie einen Vietnamesischen Namen gesehen, geschweige denn, wie der sich zusammensetzt oder wie man ihn spricht oder wie auch immer. Der Stapel Post war so groß, und es hätte bestimmt drei Wochen gedauert, bis ich die Post verteilt. So, und ja, ich habe in einer Rammsteiner Straße gearbeitet, in Ahrensfelde, und die Eingänge waren über den Keller verbunden. Und unterwegs zu den Briefkästen kam mir eine freundliche Vietnamesin entgegen und sagte, Post, sie sagte, ja Post, gib her, ich verteile im Betrieb. Und ich bin gleich wieder zurück, und meine Kollegen weiß, schon fertig. Und dann habe ich gesagt, nö, hat jemand mitgenommen zum Betrieb, die verteilt. Um Gottes Willen, die Wesen die Post gegenseitig. Wem hast du denn die Post gegeben? Klein, schwarze Haare, schwarze Augen. Das ist ein kurzer abriss von meinem Einstieg als Betreuerin. Ich will ein bisschen springen, damit wir bis zum Ende kommen. Ich habe bei meinem Ablauf, was ich gerade erzählt habe, nicht erwähnt, dass mir gesagt wurde, was meine Aufgaben eigentlich wirklich sind, und was der Inhalt der Verträge ist. Ich dachte, Betreuerin ist betreuen. Das sollte sich sehr stark verändern. Mein nächster Höhepunkt, den ich gerne erzählen möchte, ist, als das erste Kind bei uns geboren wurde. Die Vietnamesin ist entlassen worden und saß bei uns im Betreuerraum ziemlich apathisch mit einer Freundin und dem Baby. Die Vietnamesin hat zwei Windeln, die Ausfahr garnitur und ein Strampler, was wir ihr geschenkt haben. Für meine Frau, die Frau, die Frau, das hat uns gebraucht und sie in den Büro geht. Dann habe ich jede Fasche nochmal verklemmt. Die Frau, die Frau, die Frau, die Frau, die Frau, die Frau, mit mir auch ganz v얘t. Das war das eine Begründung. Ihr habt meine Frau die Frau, die Frau, die Frau, die Frau, die Frau, die Frau, den Sie, der Sie essen, Und jemand von einer Mütterberatung und hat geguckt ob Mutter und Kind alles in Ordnung ist und Kind ein Bett hat und so weiter und hat festgestellt, Mutter hat ein Wochenbett Psychose, kein Bett, kein Kleidung, kein nichts. Und sie hat sofort veranlasst, dass das Kind wieder zurück ins Kinderkrankenhaus kommt, in Lichtenberg, und dort betreut wird. Es musste aber noch eine Nacht überbrückt werden und sollte eigentlich nicht im Wohnheim, weil es eine, wie sagt man, Massenunterkunft oder so war, und Kinder im Wohnheim verboten waren. Dann habe ich angeboten, Mutter und Kind zu mir nach Hause zu nehmen. Ich wusste natürlich überhaupt gar nicht, weil ich die Verträge nicht kannte, dass eine Unterbringung außerhalb des Wohnheims verboten war. Also bin ich losgerannt und habe wenigstens Sachen besorgt. Und von mir, ich hatte noch so einen alten Kohlenkorb, diesen Kohlenkorb schnell sauber gemacht, ein paar Laken und Kissen mitgenommen, um für das Kind ein Bettchen zu haben, damit das Kind irgendwo schlafen kann. Die Unterbringung wurde dann organisiert bei der Gruppenleiterin und am nächsten Tag ist das Kind dann ins Kinderkrankenhaus zurückgegangen. Und ich habe die Mutter über Wochen begleitet, damit sie eine Bindung zu dem Kind aufbaut. Dann wurde es notwendig, dass Mutter und Kind zusammenkommen und auch mal am Wochenende ein paar Tage zusammen sind. Dann habe ich offiziell gefragt, ob Mutter und Kind bei mir bleiben dürfen, was ich ja nicht wusste, dass es verboten ist. Dann gab es vier Augen absprachen mit dem Ärztlichen Direktor, dass niemand wusste, dass ich Mutter und Kind doch zu mir nach Hause geholt habe. Dann gab es vier Augen absprachen mit dem Ärztlichen Direktor, dass ich den Betriebe informiert habe, und Mutter und Kind müssen zusammen nach Hause. Dann gab es vier Augen absprachen, dass ich den Betriebe informiert habe. Dann gab es vier Augen absprachen mit dem Ärztlichen Direktor, dass sie die Mutter aus dem Wohnheim, die Kinder aus dem Krankenhaus sind. Dann gab es vier Augen absprachen, dass sie die Mutter aus dem Krankenhaus sind. Die Mutter hatte aber keine Muttermilch mehr, und das wäre für das Kind der Tod gewesen, weil ohne Kinderersatznahrung auf dem vietnamesischen Schwarzmarkt so viel wie ein Gehalt eines Beamten gekostet hat. Das habe ich dem ärztlichen Direktor erzählt, und er hat eine Flugunthaublichkeit geschrieben, sodass die Abschiehung verhindert werden konnte. Der Betrieb musste dann Mutter und Kind unterbringen, allerdings hat sie kein Pfennig Geld gehabt über Monate, sodass sich ihr finanziell auch geholfen hat. Im Laufe der Zeit gab es noch mehr Schwangerung und Frauen, die Kinder bekommen haben, und im Krankenhaus Kreuzkopf wurde am Fließband abgetrieben. Ich habe dann meiner Frauenärztin gebeten, ob sie eine Infoveranstaltung machen würde zur Schwangerschaftsverhütung, das wurde mir verboten. Ich wurde kontrolliert bis zu meiner Wohnung, und sie mit mir. Ich wurde kontrolliert bis zu meiner Wohnung, und sie mit mir. Und bekam. Es ging so weit, dass ich dann versetzt werden sollte, strafe versetzt werden in die Küche. Weil ich nicht in der Lage bin, meine Aufgaben tatsächlich zu übernehmen, die mir hier gestellt wurden. In der Zwischenzeit habe ich ganz vielen Frauen geholfen, wo ich gemerkt habe, es ist nicht erwünscht, habe ich das immer ziemlich heimlich gemacht. Und die Strafversetzung konnte ich abwenden und man hat mich dann 1989 in eine Männergruppe geschickt. In der Zwischenzeit war ja schon die Mauer gefallen, also am 1. Dezember 1989 habe ich den ersten Teil dieser Gruppe übernommen und am 6. Dezember der zweiten Teil. Ja, und dann ist was passiert, was auch nicht im Vertrag stand. Ich habe mich verliebt. Als die Gruppe angekommen ist, habe ich sofort auf Grundlage dessen, das, was ich alles schon vorher erfahren und erlitten habe, meine Gruppe gesagt, wenn Sie irgendwelche Probleme haben, Sie können jederzeit zu mir kommen, wir können unter vier Augen sprechen und das bleibt auch bei mir. Das erste Mal, wo dieses Versprechen in Anspruch genommen wurde, war, dass Leute aus meiner Gruppe, natürlich auch wie viele andere, neugierig waren und in den Westen wollten und mal gucken. Das ist das, was man hier. Das ist das, was ich später erfahren habe. Das ist das, was ich später erfahren habe. Das ist eine Verfahren, die Gang in West Berlin. Ein Dolmetscher ist zu mir gekommen und hatte im Schlepptor fünf, vier oder fünf Vietnamesen, die alle diesen Stempel hatten. Und ja, was soll man nun machen? Ja, ich wusste, Vietnamesen verlieren ja gerne Papiere und deswegen habe ich gesagt, okay, wir melden die Ausweise verloren. Ich heb die jetzt auf und wenn wir die neuen haben, dann vernichten wir die. Und so haben wir das auch gemacht. Also, leider schade, dass ich sie wirklich vernichtet habe, weil das wäre ein super tolles Dokument. Aber ich wusste nicht, hätte ja auch sein können, dass die Grenze wieder zugeht. Und man wusste nicht, wie die Situation ist. Das zweite Mal, wo mein Versprechen unter vier Augen genutzt wurde, war, dass Frau Kenfield noch von euch, also ein Kollege, der mich angesprochen hat, war damals bei mir in einer Gruppe Dolmetscher. Tamara, ich habe irgendwas gelesen in einer Zeitung, in einer Kirche, da gibt es da was. Und ich möchte nicht wieder nach Vietnam zurück. Kannst du mit mir da hin kommen? Also bin ich mit Thau zur Evangelischen Kirche nach Friedrichstein und wir haben uns tot gemeldet. Bei Herrn Berger. Und ja, das war eigentlich ziemlich frustrierend. Also die haben bloß gesagt, ja schön, und gebt mal eure Adresse ab und dann könnt ihr wieder gehen so. Ich habe mich mit gerechnet, dass ich ein paar Wochen später eine Einladung zur Vietnam-Tagung in einer Evangelischen Kirche, die damals stattgefunden habe, die damals stattgefunden hat. Einer der Organisatoren dürfte euch allen bekannt sein, das ist Almut Werner. Bei dieser Vietnam-Konferenz haben wir das erste Mal erfahren, was die alte Bundesrepublik vorher hatte mit den Vertragsarbeiter der DDR. Und ja. Ein Rechtsanwalt hat uns erklärt, dass das neue 1991 in Kraft treten solltende Ausländergesetz schon in die Übergangszeit der DDR in Kraft treten für die Vertragung. Und ja. Und ja. Und ja. Und ja. Und ja. Ich glaube, es sollte abgesichert werden, dass Ostdeutschland ausländerfrei übergeben wird. Und ja. Und ja. Und ja. Und ja. Wir wussten, dass vorbereitet war, dass Frau Berger nach Vietnam, Mos Shake und Angela fuhren sollte um die Verträge zu ändern. Im Übrigen bin ich in der Zeit gleich gekündigt worden als Fero-Landin und die sich nicht an Verträge halten kann. Also das lief alles so fast gleichzeitig. Ich bin während der Vietnam-Tagung zu dem Heimleiter in Agensfelde und habe ihn gefragt, ob wir ein Beratungsform bekommen können, wo wir Beratung machen können. Und bin dann wieder zurück in die Tagung mit der Zusage, dass wir den Kino Raum der damals Freistadt bekommen können für Beratung. Khi đó, tôi lại quay trở lại hội nghị đó và thông báo, dass wir lộp nhận được phòng và phòng đó. Trước kia là phần chiếu phim, để làm công tác tư vấn cho Thầy. Gemeinsam mit damals Liyong Quang, mit Thao und ich, wir haben angefangen, mit Unterstützung des Ausländerpolitischen Rundtisch Beratung zu machen. Thao und Quang, das war ein Gremium der letzten DDR-Ausländerbeauftragten der letzten DDR-Regierung. Das war ein Gremium der letzten DDR-Ausländerbeauftragten der letzten DDR-Ausländerbeauftragten der letzten DDR-Ausländerbeauftragten. Sau đó, chúng tôi mới làm một buổi thông tin về việc là thống nhất, diện tệ giữa hai nước. Und da war, hat der Raum gar nicht erreicht, man hat bis zur 5. Etage gestand und wollte die Informationen haben, ob man das Geld wie und unter welchen Bedingungen Geld umgetauscht werden kann. Und dann kam die Währungsunion und die Bettenplätze wurden von 30 Mark auf 250 D Mark erhöht für ein Tisch, ein Stuhl, ein Bett, ein Schrank. Und die Behörden, also das Recht hat sich ja, und das Recht hat sich ja zählend, die Menschen wissen überhaupt nicht, wie sie überhaupt dieses Geld aufbringen können. Und die Behörden, also das Recht hat sich ja, Und die Behörden wussten auch gar nicht, dass wir einen riesen Anspruch haben auf Leistungen. Also Sozialamt wusste nicht, Jobcenter wusste nicht, niemand wusste. Alle haben sich die Leute hin und her geschoben und viele hatten nicht ein Pfennig Geld zum Essen. Insbesondere der dann inzwischen schon vielen Frauen, die wir hatten mit Kindern. Und unsere erste Option war dann klar gegen diese Mieterhöhung. Auch in der Zwischenzeit sind ja die Verträge zwischen Vietnam und der DDR, die Verträge mit den Herkunftsländern geändert worden. Was ganz wichtig ist für alle mal zu wissen, wenn die Verträge nicht geändert worden wären, dann wären die Vietnamesen nach dem Vertrag unkündbar. Man hätte sie nicht kündigen können und die Bundesrepublik Deutschland hätte die Leute bis zum Ende ihrer Vertragsdauer weiter bezahlen müssen. Ja. Aber in diesem Fall wird die Verträge mit Niemann dabei, die Vietnames, Angola und Norden Zarzweiss überwürfen, die Mitglieder der Vertragungen verkennen. Ja. Dass die Mitglieder die Verkennung haben, die Mitglieder der Vertragungen haben gehört, die Mitglieder der Vertragung des Vertragungen zwischen denen Thuelt haben muss. Dann, ich bin immer nur dafür, die Mitglieder der Vertragung der Vertragung des Vertragungen, die Mitglieder des Vertragungen von curtainslulas. Wir haben etwas ganz tolles bekommen, wir haben nämlich einen Ausweis bekommen, und zwar hat der uns in alle Behörden und Betriebe zugang verschafft, wo ausländische Arbeitskräfte beschäftigt waren oder wohnten. Das war ein Sesam öffnet dich, vorne haben sie mich rausgeschmissen, hinten bin ich wieder reingekommen mit dem Ausweis, und habe dann meine Gruppe auch unter anderem helfen können, sich individuell arbeiten zu suchen. Aber nicht nur das, wir sind wirklich von Rostock bis Zul unterwegs gewesen und in den Wohnheim und haben die Vietnamesen informiert über ihre Rechte. Auch sind in der Zwischenzeit viele Vietnamesische Vertragsarbeiter aus Russland, aus Bulgarien, aus Tschechien und so weiter hierher gekommen, allerdings nicht in den Status Vertragsarbeiter. Auch haben wir uns versucht einzubringen in die Abschiebung, was die größte Abschiebung in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland war, dass die Vietnamesen wirklich ihre Rechte bekommen, die Abfindung komplett aus Hitschalt wird auf Bode die im Transitform aus Hitschalt, und unter Abzug von abgeschriebenen Tische und Stühlen und mit einem schlechten Umstrung Toschkos. Auch die Pässe wurden im Transitraum ausgeteilt. Viele Betriebe haben ihre Wohnheimen einfach aufgelöst und die Vietnamesen stand auf der Straße. Und dadurch ist der zuzug nach Berlin, wo noch Wohnheimen offen waren, ganz stark gewesen. Tatsächlich ist der Rassismus ausgebrochen, also hat sich Tür und Bahn geöffnet, der schon latent vorhanden war. Aber es war eine lange Katastrophe, also Fitschi klatschen war ein Sport. Und die Polizei war auf dem rechten Auge blind. Das war ein Kost. Es hat die Verläufe von einem Sitz von ihnen gegeben. Und es war ein Kost. Ja, vielen ist bekannt, dass es auch Todesopfer gegeben hat. Können Sie wissen, ob sie viele Leute haben, was die Begründung für ihre Begründung aufbauen? Und wir mussten aufpassen, dass die Rechte, die in dem Abkommen, in dem veränderten Abkommen dann vorhanden waren, dass die auch den Leuten gewährt wird. Denn das wichtigste war, dass sie die Gewerbeerlaubnis bekommen konnten. Und das war die einzigste Möglichkeit, ihr Leben hier zu finanzieren. Und dann gab es ja diesen besonderen Eintrag im Pass, selbstständige und vergleichbarung, selbstständigkeit nicht gestattet aus einem Beitrittsgebiet. Das war praktisch das auch, warum bis 1997 für Vertragsarbeiter im Bereich Handel Deutschland bis 1997 geteilt war. Das ist auch der Grund, dass die Viet-Nam in der Jahre Handel Deutschland bis 1997 geteilt war. Das war der Grund. In Anfang 1991, als wir dann so die Umschreibung der Pässe so weitgehend geschafft haben, haben wir immer mehr mit Bündnis 90 Die Grünen und anderen Menschenrechtsorganisationen überlegt, was können wir machen, dass Vertragsarbeiter bleiben können. Und dann gab es eine Konferenz in Sonnenberg. Da war Quang, ich und Andreas Czautana von Chemnitz, einige kennen ihn vielleicht, der die Vereinigung der Vietnamesen in Chemnitz mit aufgebaut hat in dieser Konferenz. Und wir haben dort mit einem Anwalt gesprochen, der nachher später auch uns unterstützt hat bei dem juristischen Kampf um ein Bleiberecht. Dann wurde durch Bündnis 90 Die Grünen hier auch ein Gutachten in Auftrag gegeben, was beinhaltet, dass die Vertragsarbeiter mehr Rechte haben, wie der Aufenthaltstitel, der ihnen gegeben wurde, nämlich die Aufenthaltsbewilligung damals. Und die Rechte haben zum Teil Charakter von einer Aufenthaltsberechtigung. Dann haben wir die Aufenthaltsberechtigung. buy eine Aufenthaltsberechtigung, die in diesem Bereich des Erachter mehr Rechte haben, dann hat die Reformen, das in einem Mann aus der Geist der Vietnäge-Xu Handler gehen, Ja.